böse überraschung für 5,5 millionen bürgergeld empfänger das bürgergeld wird 2025 nicht erhöht so hat es hubertus heil mitgeteilt mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid 24 die ich mache es ganz kurz ich zeige es ihnen meine und herren hubertus heil hier in aktion im bundestag und er sagt 2025 wird das bürgergeld nicht erhöht es wird eine nullrunde geben so hat er es am 15 mai 2025 angekündigt und grund dafür ist dass zum jahresbeginn 2024 die ampelregierung das bürgergeld deutlich angehoben hat dazu verweist sie unter anderem auch auf die damals noch sehr hohe inflation für das kommende jahr können die mehr als fünfeinhalb millionen bezieher nach den worten von arbeitsminister heil deswegen nicht mehr damit rechnen dass die angehoben werden und zwar deshalb nicht weil die inflation praktisch zum jahres anfang 2024 oder andersherum dass dieses bürgergeld aufgrund der hohen inflation 2024 stark gestiegen ist zu dem zeitpunkt begannen aber schon die preissteigerungsraten deutlich zu sinken und deswegen rechnet er nach derzeitiger lage auch mal mit einer nullrunde das heißt also bürgergeld und bürger bürger geld empfängerinnen und deren kinder in bedarfsgemeinschaften und so weiter werden 2025 in die röhre gucken ich gehe davon aus dass das eine kompromiss linie ist mit den forderungen von dem finanzminister lindner der ja praktisch das gesamte die gesamten sozialausgaben ab 2025 sozusagen eigentlich auf eis legen möchte aber letzten endes ja ist das vielleicht eine kompromiss linie die hier gefunden worden ist aber wieder auf den rücken der sozial ärmsten das wäre ein skandal hoch zehn meine damen und herren und deswegen kann ich nur sagen auch bürgergeld und bürger geld empfänger sollten auch 2025 eine erhöhung bekommen wie alle anderen auch die politikerinnen und politiker im bundestag haben sich ja auch 2024 zum 1.7 eine fette erhöhung gegönnt und ich gehe davon aus dass die lohnsteigerung im jahr 2024 ähnlich wie im jahr 2023 sind so dass im jahr 2025 zum 1.7 genau diese politiker die jetzt wieder auf die sozial ärmsten draufgehen auch wieder eine fette erhöhung ihrer diäten bekommen werden und deshalb halte ich das schlichtweg für einen skandal da reicht es auch nicht wenn der hubertus heil sagt wir müssen jetzt dass den mindestlohn dann auch auf 14 oder 15 euro anheben meine damen und herren also sie sehen was jetzt hier los ist eine mögliche kompromiss linie mit der fdp ich halte das schlicht und ergreifend für einen absoluten skandal dass hier im wege dieses eines möglichen kompromisses es wird zwar in diesem beitrag so nicht gesagt hier auf den rücken von fünfeinhalb millionen menschen der sozial ärmsten in deutschland hier ein kompromiss gefunden wird das finde ich ist schon ein starkes ding näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel